einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer odin und ich begrüße euch ja zum neuen odinor shoppen es sieht jetzt mal viel aus es ist aber im prinzip gar nicht so viel einmal genau fangen wir hier mit an einmal kam von spaß kostet so kann man nicht lesen black ist die farbe die mich glücklich macht und einmal dann noch ich lege das mal hier vorne einfach muss ja gleich wieder ins schrank so und einmal die hose ich trage schwarz bis es was dunkleres gibt die habe ich jetzt gerade an warum mir hat der neue schnitt der der leggins bin bescheuert der jogginghosen nicht so gefallen die haben zwar unten keinen reißverschluss der geht bei das bei einer von meines geht ja ständig auf bei den anderen nicht fand ich schon mal am erst im ersten gut aber so wie sie gesessen haben die sind halt oben vor allem vom schritt bis zum bund sind die etwa so viel kürzer als ist mein gefühl jedenfalls als diese variante von den hosen die sind was sind das für eine marke das ist urban classic urban urban classic die anderen weiß ich jetzt nicht mehr was das für eine waren und da habe ich dann umgetauscht habe gefragt ob davon noch welche da sind und so und da habe ich umgetauscht weil die neueren modelle mir da nicht so gefallen deswegen halt was und die andere hose die ich jetzt gerade anhabe aber gedacht wenn ich das sowieso umtausche habe ich mal gefragt wegen den t-shirts die ich gemacht habe weil die sind ja nicht so gewesen wie ich sie eigentlich gerne haben wollte jetzt sind sie so wie ich sagen wollte meine frau ist total begeistert nicht das ist hinten du hältst mich bis ans ende meiner tage also vater und kind und vorne den habe ich gesehen ihr wisst ja ich stehe auf totenkörper den habe ich gesehen den musste ich haben der sieht so geil aus so ein totenkopf mit blauen flammen und die kommen richtig darüber die sehen richtig geil aus hammer hammer geil und die farbmotive bei bei spaß kostet oder bei bei nordische welt die sind sowieso der knaller da kann ich nichts anderes sagen die sind die sind einfach der knaller ich habe ja auch einige totenkopf t-shirts eins mit grün und hatte die trocke billi t-shirt mit den roten sachen elementen und den bräunlichen knaller knaller sieht richtig geil aus und verliert auch nicht die farbe so das ist der t-shirt für meine tochter das ist hinten und das ist vorne der geht ja leider nicht kleiner ist ja nur eine größe von dem motiv ist ja so da fehlt ein bisschen unten eine flamme aber egal schön zentral so auf der herzseite meine tochter ist total begeistert meine frau nicht darf sie nur zu hause anziehen oder bei oma also bei meiner mutter bei ihrer mutter also von meiner mutter von meiner frau nicht weil meiner frau peinlich ist und draußen auch nicht so das war das und wie gesagt dann halt noch hier die habe ich ja an hier ich trage schwarz bis es was dunkleres gibt so dann muss aufpassen ich muss noch mal mein schal lieber ab ich mache mein schal lieber ab weil gibt nur probleme mit dem mikrofon vielleicht aber ich bin immer noch ein bisschen heiser und erkältet dann ist ein bisschen mehr zusammen gekommen jetzt weil ich habe mein g also logitech g935 nach lange jahren gut guten erfahrungen mit dem g933 wo rudy mir immer gesagt hatte bin ich wohl der einzigste und ich habe mir gedacht kann doch nicht sein und dann habe ich zack die 35 geholt weil mein 33 dann nach vier fünf jahren eine macke gekriegt hat das habe ich jetzt nicht mal ein jahr gehabt und auf jemals geht auch der rechte lautsprecher nicht mehr muss das da so ruf hauen dann ging es mal wieder eine weile oder wieder richtig nervig also habe ich zu amazon zurückgeschickt oder kommen ich wollte es zur amazon zurückschicken am nächsten tag habe das paket an dem tag gleich fertig gemacht und wollte dann am mittag oder vormittag wenn ich die kleine in kinderjahr gebracht habe zur post bringen und gehen und der zur post bringen wollte vorher aber noch bei pflanzzelt vorbei also vielleicht mache ich hier irgendwo ein logo hin um kaffee hinzubringen weil ich kenne die jungs und mädels und ich wollte ich habe doch diesen fritz kaffee mir beim black friday geholt und da wollte ich dann halt diesen nuss kaffee vorbeibringen und weil ich habe den ich habe mir eine kaffeemühle geholt dafür habe ich den die bohnen gemahlen und auch für mich malig die bohnen manchmal weil wenn ich jetzt mehr kaffee trinke oder besuch kommt deswegen habe ich mir eine normale kaffeemaschine geholt weil das dauert mit dem kaffeeautomaten ewig und wenn du halt gemütlich in der runde sitzt mittag ist oder 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 grillst oder irgendwas machst weil ich bin in gesellschaft trinke ich auch viel kaffee oder naja jetzt nicht mehr so viel aber meine schwiegermutter mein schwiegervater und mein schwager die trinken sehr viel kaffee und da musste halt immer mal kaffee da sein deswegen habe ich mir zu meinem vollautomaten noch eine kaffeemaschine damals geholt haben auch viele gefragt warum ich das gemacht habe ja wenn besuch kommt weil da hast du dann zwei kann wasser zwei kann fertig die stehen auf dem tisch das dauert erst mal zwei drei stunden bis die leer sind und dann gehst du runter und machst die nächsten zwei kann voll und dann ist wieder was aber du kannst dann halt erst mal zwei drei stunden da sitzen weil wenn alle vier fünf leute dann da ein kaffee aus dem vollautomaten sind denn jeder das gemahlen hat gemacht und dann gibst du dem den kaffee und dann bringst du halt zwei hoch dann nochmal zwei und das dauert dann halt länger und so hast du halt deine kaffeemaschine das machen wir auch so zwischendurch mal aber wenn jetzt so gemütlich jetzt sitzen ist dann einfach kaffeemaschine zwei kann und fertig ist so ist mir beim malen die malmaschine kaputt gegangen auch noch nicht mal ein halbes jahr alt im november habe ich sie gekauft ich male den kaffee auf einmal stinkt das und da kommt unten rauch hoch dann kriegt den stecker jetzt sogar gedacht das ist wohl nicht so toll weil ich habe sonst eigentlich nichts zu amazon zurückgeschickt ich habe ja ich bin da nicht so ich behalte ja ich bestelle ja was was ich bei dann will ich auch behalten und ich hatte eigentlich bis jetzt nie so großartig probleme aber dann hat mit dem totenkopf das ja nicht so toll war wie auf amazon aussah und zurückschicken wäre teurer gewesen deswegen halt den behalten dann hat es kaputt da habe ich schon das geld wieder gekriegt über 100 euro 120 euro waren es deswegen ist halt hier auch ein bisschen größer ausgefallen und also fällt ein bisschen größer aus als sonst und dann ist die malmaschine ja ohne kaputt gegangen dafür habe ich auch das geld gleich gekriegt und da habe ich mir weil es im angebot war und ich hoffe dass die diesmal qualität hat eine von bosche holt die war so ja bilder als mein no name produkt dafür hätte 20 euro bezahlt ich werde die euch auch verlinken natürlich in die video beschreibung und ich habe sie auch noch nicht ausgepackt das können wir jetzt hier auch gleich mal machen ich bin mal sehr gespannt ich habe mir auch noch eine kette bestellt die kommt aber erst nächsten monat also dauert noch eine weile und ich habe auch für meine frau was bestellt zum geburtstag das kann ich euch nicht zeigen das kann ich euch auch erst nächsten monat zeigen falls sie dieses video gucken sollte was sie nicht macht aber sicher ist sicher so ist aber gut verpackt hier wo dies mit klavierlack so die packung wegschmeißen achtet ist hier schräg das ist ja geil bei meiner letzten kaffee mühle die war ja gerade malwerk also das hier ist es schräg drinnen sieht man das ist ja geil hier haben wir denn so ein klick schalter das gucken wir mal nach wie wie rum das jetzt hier gemacht wird ach das kommt so ruf ach und dann wenn ich hier ruf drücke fängt er dann an zu malen das sieht gut aus und vor allem schräg dass der pulver runter fallen kann das wäre sie dann halt klein schnucklig da steht bosch drauf wie sagt das soja bilder jetzt mein no name produkt der stromkabel ist diesmal aber fest dran den kann man nicht ab machen oder jeder ist fest dran ist ein bisschen doof aber egal passt schon den schrank drin und die bedienungsanleitung sind so genau das war das was kaputt war dann war weil habe ich euch gesagt mein headset kaputt da habe ich jetzt immer noch nicht geschafft ein video zu machen aber es wird auch noch ein video dazu geben also musste ich mir ein neues headset kaufen und kurz vorher habe ich gesehen dass das turtle beach 700 700 gen 2 für 79 euro im angebot war bei turtle beach auf der offiziellen webseite und jetzt habe ich wollte ich mir dann war ich am überlegen und dann habe ich es mir im stream habe ich gedacht ach scheiße schickst du jetzt zurück den alten bombenpferd im stream habe ich mich dann richtig aufgeregt über das alte headset und dann habe ich dir gesagt 79 euro und rudy gleich gesagt was wie 79 euro da haben wir gerade sonic 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 racing gespielt und hat rudy sich das natürlich auch gleich mitbestellt weil der preis war der knaller 79 euro wenn du dich angemeldet hast für die newsletter hast du dann zehn prozent rabattgutschein bekommen ab 50 euro gratis versand bei turtle beach also haben wir jetzt bezahlt 72 euro für der zz und da jetzt kommt ja noch eine neue version raus was mit allen geräten kompatibel ist meins ist halt jetzt nur mit playstation 4 playstation 5 und pc kompatibel aber ich hatte ein bisschen eingewöhnungsprobleme das war am anfang ein bisschen fest und ich mir hat der dolby sound so ein bisschen gefehlt jetzt habe ich es eigentlich relativ gut eingestellt und bin damit sehr zufrieden der tragekomfort ist wirklich bombastisch gut also schön sitzt schön drauf immer noch ein bisschen fester aber wird langsam schon besser der akku hält schön lange ja einzige was mich hätte nervt ist hat einstellen über die über bluetooth über die app also da würde ich mir wünschen dass man das vielleicht auch am pc mit einer kleinen software machen kann was ich denn neben dem stream offen habe und da dann auch gleich einstellen kann ohne dann zum handy greifen zu müssen vielleicht machen sie bei der nächsten version besser aber ich werde es euch auch verlinken bei amazon haben sie gerade oben drüber ein angebot sehr schönes headset sehr toll so dann weil viele ja gefragt haben machst du noch mal was für playstation sollte zubehör und so und ich habe ja auch nicht so viel geld aber ein zubehör brauchte ich noch weil ihr wisst ja ich haben wir ja schon ewigkeiten rum dass meine playstation 5 nicht schön akkurat steht weil ich habe sie ja liegend weil hoch passt sie von der höhe nicht ich habe sie liegend und weil sie liegend ist und der normale standfuß da wenn die katzen mal rankommen oder meine kleine tochter braucht nur mal da so anparken so ein bisschen rutscht so ein stück dieses ist der standfuß ist bei meiner nicht richtig fest und deswegen habe ich was gefunden und das wollte ich mir damals schon mal holen aber ging ja denn nicht mehr weil ich ja wo sie denn vor ein paar monaten die schwarzen paneele angekündigt haben warum soll ich es mir in weiß kaufen wenn ich ja sowieso schwarze paneele bald dran habe also dann nämlich lieber den alten standfuß weiterhin aber sieht halt geil aus jetzt haben sie das auch für schwarze rausgebracht das sind praktisch hier die standfüße die kommen dann hier hinten runter vorne und hinten die funktionieren für die weil ihr seht ja jetzt praktisch hier das ist ohne laufwerk funktioniert für die mit laufwerk und für die ohne laufwerk bei der mit laufwerk wird hier nur was raus gemacht da so ein kleines ding und bei ohne laufwerk ist das halt was höher und das wird es wieder rein gemacht da wäre ich ein separates video zu machen weil das playstation zeug das mögt er ja und da wäre dann ein separates unboxing eine unboxing wird sich nicht lohnen aber halt ein separates video zu machen wo ich die dinger zeigen und dann auch anbauen und zeigen wie sie dann steht die playstation so dann warte ich kommt jetzt noch eine neue rücksendung also nicht zu mir sondern ich warte darauf dass otto mir den schein schickt das ist ja das wo ich auch schon seit monaten bei euch mit euch zusammen mecker mein akku ich habe bei otto gekauft opodo opoli opolik opolik akku mit ladestation zwei stück also zwei ladestationen und jeweils zwei akkus mit bei also insgesamt habe ich vier akkus von den vier akkus kann ich aber momentan nur zwei nehmen der eine der geht gar nicht mehr an der andere geht an zeigt mir irgendeine prozentzahl und sagen wir mal der ist bei 80 prozent und ich mache jetzt ein video auf immer geht dabei 70 prozent 60 prozent irgendwie aus oder mal bei 50 oder 30 prozent kommt darauf an wie er lustig ist deswegen kann ich den akku nicht mehr nehmen der hat mir einige videos versaut weil er einfach ausgehangen ist und die kamera die videodatei dadurch nicht mehr retten konnte weil die ja im aufnehmen modus aus ja also ich habe die kamera also den akku der mit bei der kamera mit bei war und zwei die noch und die zwei kaputten die jetzt an otto zurück und otto gibt mir das geld wieder jetzt habe ich bei amazon wartet ihr sehen oder musste ich dann gleich zuschlagen muss habe ich ich hatte fünf oder sechs verschiedene akkus bei mir weil die haben jetzt irgendwie aktion ja bei amazon hat fünf oder sechs verschiedene akkus im warenkorb und wollte gucken wo ich dann halt am meisten spare weil das sieht man ja bei dem eben gibt es 20 prozent bei ihm zehn prozent bei ihm fünf euro beim anderen zwei euro und so habe ich dann halt die fünf sechsjährige untereinander und sie dann halt 1999 minus zwei euro 1999 minus 20 prozent 1999 oder 29 minus zehn euro oder was keine ahnung was da auch immer war bei dem was ich euch jetzt zeige das ist der wave power da ist auch ein laderät mit bei und zwei akkus ich rein theoretisch also rein dem was bei amazon stand kriege ich 20 prozent rabatt 20 prozent von 19 euro und der war ja schon reduziert von 24 noch was auf 19 noch was also da habe ich nicht durch gesehen ob die 20 prozent jetzt das sind von 24 auf 19 oder noch mal 19 noch mal 20 prozent extra weiter konnte man extra noch mal separat anklicken war anklicken war echt sehr kurios aber im warenkorb auf immer nur 9 euro 99 alle anderen rausgeschmissen wo ich nur ein bisschen spare den drin gelassen und gleich mal hochgesetzt auf drei stück will ich haben oder vier stück hatte ich gemacht hat gesagt akkus selbst wenn sie nur kurz halten für 9,99 schickst du danach wieder zurück kriegst du 9,99 wieder und du holst ja dann irgendwann die andere da kannst du nichts verkehrt machen ja das war aber dann leider nicht mehr 9,99 das war dann immer noch nur zwei euro zusätzlich ersparnis pro pro paket also dreimal 2,99 euro sind sechs euro noch sechs euro da habe ich einmal rausgeschmissen zusätzlich hat nicht geklappt noch mal rausgeschmissen dann war ich wieder bei 9,99 euro bei einem paket dann bestellst du 1 und danach machst du noch mal und bestellst du noch mal eins und dann ist dann hast du vielleicht wieder die 9,99 euro nur dann machst du halt machst du drei bestellungen drei separate bestellungen scheißegal hast ja prime versand und so war ja auch prime hauptsache du kriegst es billig hat aber leider nicht geklappt ich weiß nicht was für ein fehler das war ist es mir auch eigentlich relativ egal ich habe mir jetzt gekriegt für 9,99 euro zwei akkus mit ladegerät brauche ich ja für videos logischerweise weil ich habe hier nicht genug steckdosen um die halt dauerhaft am strom irgendwie und weil wenn ich hier filme hier ist halt nichts also das passt halt nicht dann habe ich mir für ein stream geholt weil ich habe ja ich habe ja die fernbedienung die preisgünstige die war ja bei meinem stativ mit bei ich habe mir jetzt die original sony holt es gibt die auch vom chinesen für 11 euro aber habe da ein paar sachen gelesen die mir nicht so gefallen haben also keine anleitung und und so das ist ja ja aber halt das hoch bei einem die tasten eingedrückt waren oder nicht richtig funktioniert haben deswegen habe ich mir die original fernbedienung geholt von sony die rmt-dslr2 warum habe ich diese bestellt ich kann mit der ganz normal aufnehmen drücken so wie mit der auch kann jetzt aber an der kamera hier vorne mein c1 knopf wieder als c1 knopf belegen mit einem menüpunkt weil ich da dann halt nicht mehr den ceos wert braucht weil den kann ich dann hier einstellen ich kann halt auch sagen ich habe auch hier links rechts oben unten kann halt den fokus da halt nochmal nachjustieren kann ins menü sehe dann halt hier das menü und kann dann in einen einstellungen machen also kann praktisch so an meinem pc sitzen sehe oben den kleinen bildschirm und kann dann einstellen und sehe das alles vernünftig zoomen geht rauszoomen soll sogar mit der ein bisschen besser also laut den sachen was ich durchgelesen habe solltet zoomen damit ein bisschen präziser funktionieren als als mit der weil ich hast du nur einmal rein rauszoomen und fertig und hier sollst du wirklich die soll wirklich weil sie ja mit der kamera gekoppelt wird und zur kamera ja auch gehört und von sony sollte wohl besser miteinander funktionieren dass du einmal drücken zurück einmal drücken zurück dass er wirklich nur ganz minimal geht ich lasse mich davon mal überraschen ich werde es heute noch nicht koppeln ich werde es in der nächsten zeit koppeln so dann hatten sie rabatt bei den sd karten und was hätte ich jetzt bezahlt 11 euro 12 15 euro ich habe keine ahnung jetzt aus dem kopf ich habe hier noch mal eine 128 gigabyte karte für reserve geholt weil momentan wird es ja auch ein bisschen viel mit den videos manchmal oder dass ich dann halt viel drehe weil die videos lang sind oder weil mehrere sachen hintereinander abgedreht werden und da hatte ich das jetzt schon ein zwei mal dass die karte nicht erreicht hat und da habe ich jetzt und dann wenn man 100 gigabyte auf 120 gigabyte auf dem pc verschiebt dauert es eine weile und in der zeit kann ich ja nichts machen so habe ich jetzt eine reserve karte und auch als reserve karte für die also die jetzt hier drin ist wenn die mal kaputt ist hatte ich für meinen camcorder auch immer immer mein foto also ich habe so ein kleines schrankteil wo die akkus mikrofon und also was ich so drin habe was ich so brauche für den camcorder damals drinnen ist und da war immer eine ersatz karte drinnen die war halt natürlich ein bisschen preis günstiger als die und da kommt die jetzt auch drin dass ich eine auf reserve habe falls die jetzt abkackt habe wesentlich ich habe eine oder falls ich dann mal viele viele videos mache oder so könnte ich die schon rausholen aber erste linie auf reserve dass wenn die abkackt weil die speicherkarten halten auch nicht ewig ich habe eine ich brauche die nur rausnehmen aus der verpackung rein und ich könnte sofort aufnehmen das war halt meine intention danach dafür ich habe jetzt kann ich euch nur eins zeigen ich habe aber zwei gekauft die habe ich bei lidl gekauft das sind magneten das sind zwei lange magneten und hier diese kurzen sechs stück und da kommt ein kabel rein dann macht man am usb kabel ran und das klebt man die lang klebt man am tisch so und hier ist der kabel dran und dann kann man die die kabel hier ran machen da hängt der kabel runter hier ist der usb guckt dann hoch dann liegen die nicht auf dem tisch oder auf der erde oder so die sind dann hier dran und man zieht sich die ab die man braucht ja führt einmal für das wohnzimmer für da und einmal für schlafzimmer weil ich da ja auch ladekabel habe und die schlafzimmer bräuchte ich nicht für den ladekabel da die alexa vermitteln die alexa dinge habe ich ja die kabel alle vernünftig verstaut so beide in schwarz ja das was würde ich sagen mehr habe ich nicht aber das ist schon wirklich viel aber auch wirklich nur weil ich habe jetzt mein amazon gutschein bekommen dank euch habt gut eingekauft und vor dem monat habe ich ja keinen gehabt und dadurch kam von vor dem monat ja noch mal 24 euro und jetzt und halt weil ich so viel weggeschickt habe dann habe ich auch noch ein bisschen was verkauft ein bisschen clean zeug was hier rumgelegen hat und ich werde demnächst auch noch mal was verkaufen habe mir schon ein bisschen was ausgesucht was ich aussortiere und meine playstation werde ich verkaufen die die vierer also die vier pro meine tochter hat ja eine vier pro ich habe eine vier pro und die ältere werde ich verkaufen oder beziehungsweise wo ich am überlegen bin sie zu gamescom games top zu bringen und 20 euro zu bezahlen und dann kriegst du die xbox series s ja ja xbox series s und die reicht ja für die große vielleicht noch festplatte erweitern und das ist auch wieder teuer geht das bei der überhaupt oder kann man da eine normale festplatte anstehen ich weiß es nicht aber reicht ja so erstmal aus und dann kann sich die spiele über meinen gamepass mit runterladen da kann man ja so ein kinderprofil machen oder familienprofil shadow hat mir das ja mal erklärt die könnte man dann machen ja das war es eigentlich mehr habe ich nicht die tafelfolie habe ich euch ja letztens schon gezeigt das war es eigentlich mehr kann ich euch leider nicht zeigen ja dann würde ich mich jetzt hier verabschieden ich hoffe hat euch gefallen wenn es euch gefallen hat däumchen wären träumchen wenn ihr fragen habt in die kommentare posten ich werde euch die produkte alle verlinken bei amazon kauft gerne über meine links ein das wäre super da würde er mich ein bisschen unterstützen mit und halt das format ein bisschen am leben halten weil ja ich so viel habe ich ja auch momentan nicht so zu bestellen aber egal ich bin jetzt erstmal weg ich wünsche euch was bis dahin ahoi sagt euer Odin 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 Vielen Dank.